Hi, mein Name ist Alina und ich würde euch heute gerne erzählen, was unsere Arika-Decken so besonders macht. All unsere Outdoor-Decken kommen mit einem Halsteil des Abnehmbeis. Außerdem können sie in unsere Winterdecken ganz leicht Unterdecken einschnallen. Unsere Unterdecken sind verfügbar in 100 Gramm und 200 Gramm. Die Outdoor-Decken sind verfügbar in 0 Gramm als Regendecke, in 100 Gramm, 200 Gramm und 350 Gramm. Der patentierte, um 45 Grad gedrehte Brustverschluss ermöglicht dem Pferd optimale Bewegungsfreiheit. Zusätzlich zu den zwei Metallfrontverschlüssen finden Sie noch einen starken Klettverschluss für zusätzliche Sicherheit. Die Arika Stormtech-Decke ist mit 1200 Denier ausgestattet, wasserdicht und atmungsaktiv. Wir haben keine Naht an der Oberlinie, sodass sie besonders bequem ist und auch bei allerstärkstem Regen kein Wasser hindurchkommt. Wir haben reflektierende Streifen und eine Kreuzbegurtung mit einem dritten Gurt hier in der Mitte, den Sie ganz einfach abnehmen können bei Bedarf. Der Klettverschluss ist an beiden Seiten angebracht, sodass Sie den Gurt ganz einfach herausnehmen und zu gegebener Zeit wieder hinzufügen können. Die Decke ist mit einem besonderen sogenannten Two-Skirt-System ausgestattet, was auf Deutsch so viel bedeutet wie Zwei-Lagen-System. Wir haben hier im unteren Bereich zwei aufeinanderliegende Stofflagen, die dem Pferd im Schulterbereich, also da, wo am meisten Bewegung benötigt wird, ganz viel Freiraum ermöglicht. Außerdem gibt uns dieses Zwei-Lagen-System die Möglichkeit, das Material auch unter den Pferdebauch zu führen, sodass auch der Bauch im Winter schön warm bleibt. Der Schweifplatz ist extra lang und hat einen zusätzlichen reflektierenden Streifen. Hier drunter haben wir den Schweifriemen, den Sie ganz einfach mit zwei Karabinerhacken herausnehmen können. Der Schweifriemen ist außerdem mit Kunststoff überzogen, sodass Sie ihn ganz einfach reinigen können. Unter dem Schweifplatz finden Sie einen weiteren Riemen, durch den Sie den Schweif hindurchziehen können, wenn Sie mögen. Der sorgt dafür, dass selbst wenn es richtig doll regnet und Ihr Pferd die Gruppe genau in Richtung Regen dreht, die Decke genau dort bleibt, wo sie sein soll und das Pferd schön warm und trocken hält. Die Arika-Decke hält Ihr Pferd warm und trocken, selbst wenn es mal richtig schüttet oder schneit. Mit den Leinern können Sie auch spontan die Decke schnellstmöglich an die Bedürfnisse Ihres Vierbeiners anpassen. Wenn Sie also in diesem Herbst oder Winter auf der Suche nach einer neuen Decke sind, sollte diese hier in dem Kleiderschrank Ihres Pferdes auf keinen Fall fehlen.